so es geht weiter hallo mein gott also echt das hängen nervt ich zeig das mal wieder nicht an wir werden uns jetzt hier mal um die schippe kümmern die texten hier machst das und das schiff so haben wir mit ist okay dort die art wie hier hoch das gleich wird wir die art wie hier ja das reicht wahnsinn wir klauen hier den fachplatz juni einheit drückt hier nach fangen wir langsam an den auseinander zu nehmen so dann kommen wir zu in hier ja 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 hättest du jetzt nicht können dem den kill geben wieder nicht das sieht er nicht okay haben wir die stücke ich krieg es nicht hin ich krieg es echt nicht hin kommst du da oben mit dem jäger hin ja da macht das so er macht das hier oje oje infanter gleich hier hoch der flammenpanzer nach oben würde ich sagen ja weil ich glaube ich verstärken ich bitte das nicht überleben ok du bist ne pack oder überrennen der schuld mal machen sehr schön hier hin ich sag plan panzer verstärken wir haben einiges hier hin 1 9 ja mama hier hin so die flak ja es ist bewölkt ja sehe ich schon ich sehe schon ist okay alles perfekt okay hier hin 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 dann verlegen wir jetzt die stückers und das ist eine gute frage wohin weiter nicht was hier ist wirklich erst mal sagen jetzt mal noch hier zentral und dann kann man immer noch ja machen wir es erst mal hier ja ihr weiter hier drauf damit sie es jetzt klein kriegen scheiß dreck schippe wir hatten gleich gefühlt perfekt so, du probierst hier und du kommst hier hin so, flammenpanzer hier hin der panzer hier hin dann näht sich langsam hier hin oh god kommst du hier mit bei scheint hier jetzt nicht gerade effektiv genug zu sein alles ab perfekt wow ja gut fehlt noch die erfahrung das muss ich mit berücksichtigen ja ja das geht lab ne 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 quatsch es wird jetzt mal ich das ist ist ich mal ist nervig ja aber dass du den jetzt da hinkriegt aber das wetter ist halt zum kotzen ich soll schüttel versenken ja und dann kriegst du ein scheiß wetter doch zum brechen ja 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 hier hin hier hin hier hin hier hin die artillerie flammepanzer dafür habe ich ja genau für solche aktion wow lachs ja okay ist aber gerade uninteressant muss ich mich jetzt nicht wusste man aber er hat gefragt ja 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 Moment, Munitionsdepots? Sind das Munitionsdepots? Festigung. Jetzt muss ich mal gucken, was hier Munitionsdepots sind, das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Ah, ich weiß nicht, was hier ist. schätzt hat nur drei schutz hierhin und du kommst hierhin der kommt ja bald ihr müsst ihr ein bisschen warten ich schicke mal gleich hierhin würde ich sagen ja ja das hier schon eine mühselige angelegenheit zu werden jetzt greift dieses verdammte ding meine ja War das ein Munitionsdepot jetzt? Ey, ich weiß jetzt nicht, was hier ein Munitionsdepot ist. Und das hier vielleicht? War ein Munitionsdepot? Ja, bist du. Du hier hin. Ähm, machen wir das? Ja, bist du. Ja, bist du. Ja, das wird dann nix gerade, ne? Ohne Luftwaffe brauche ich da gar nicht erst anzufangen. Ja, wir können das versuchen mal. Da tritt sie ein bisschen. Ach, 2,13. Ne, das ist mir... Huharig. Boah, der Ding gekillt? Okay, das ist krass. Das ist abgehauen, ein von beiden. Auf jeden Fall hat er gesessen. Spiel. Ich soll hier eine Sache machen. Und dann kriege ich hier schlechtes Wetter. Wie soll ich Schiffe versenken, wenn es Wetter scheiße ist? Ich weiß nicht... Ich soll es... Ich soll es uns beinen... was ich schütze. Oder scherz. Ich soll es nachdenken. Wie soll ich die Schmerzen? Ich soll es nachdenken. Ich soll es nachdenken. Ich soll es nachdenken. Ich soll es nachdenken. Oh toll Oh toll Not in this Hmm Hmm So Was passiert, wenn ich das überschreite? Kann ich das überschreiten? Soll ich das überschreiten? Das ist die nächste Frage eigentlich Okay, go Oh Scheiße, wo kommst denn du jetzt her? Okay, ähm Wir räumen erstmal hier auf Okay Okay Ähm, ja das du jetzt irgendwie herkommst, fass ich mir jetzt mal gar nicht Aber wir können hier zumachen Okay, da ist nix Gut Ich nehme an, dass wir bis da hingehen müssen, um die Tipos zu knacken, ja Weil anders da glaube ich nicht Oh Oh, sehr schön Oh, sehr schön Na, na Ja, das waren schon mal zwei Oh, den könnte man kriegen Ich sagte ja, ich sagte ja könnte, ich glaube nicht das wegen Äh, was bist du? Oh, da sind das zwei Flaks Das sind tatsächlich zwei Flaks, Wahnsinn Munitionsdepot Ja, da habe ich die eben ein bisschen übersehen Oh, das ist meine die infanterie hierhin mal gucken wie wir es machen art loria heilige scheiß wer der haut ab das ist schon mal nicht schlecht hierhin wir können eigentlich ruhig da erst mal noch stehen bleiben habe ich das kein problem mit infanterie macht mir ein bisschen sorgen oh die sind nicht gedeckt lag ist auch noch voll aktiv es wird das alles nicht ja das ist jetzt ein problem das wäre gedeckt und dann könnten wir hier hinsetzen da wird sogar außerhalb von der flag ich lasse ihn mal hierbei er dahinter dass der dann davon kommt weil die infanterie gefährlich ist ja für ein panzer in der stadt ist der panzer da gut ja zwei schaden ist ok ok auf jeden fall die flag mal ein bisschen nach hier ja würde ich sagen die luftwaffe nach hier ne jetzt sollten wir sie noch hier beordern jetzt sollten wir sie noch hier beordern ich sage es sind wir sind ja wir sind wir sind hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, deckt alles ab, dann kannst du hier hin Dann machen wir diese Runde einfach nur mal Bombardements 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 So, das können wir gleich so erobern, ob ich nicht empfehlen So, wie sieht es aus hier mit den Schiffen, noch zwei Stück So, Schiffe müssen wir haben, noch einer, ja, so ist er da Und der ist eh schon ziemlich ramboniert So, in der nächsten Runde haben wir auch die Stukas endlich zusammen Wart in den Hinterhalt, in die Puck rein Oh Alter, warum kommt denn da jetzt ein Panzer, was ist denn das hier Oh, echt jetzt Hättest ruhig weitermachen können Wahnsinn, ey Keine Ahnung, dass da noch Panzer kommen 2-8, dann nimm mal den weg Ist den da Und da kommt schon wieder einer Gut, aber hier Haben wir die Stücke Ja, komm, wir haben hier die Stücke Oh, die Shit, was ist denn da alles Ach, Scheiße Ja, komm schon So, geht doch Oh, komm schon Wir haben's Dann kann ich die Luftwaffe hier auch abziehen Du kannst hier noch hier ein bisschen verlieren Und dann kann ich den Bomber hier hinziehen Den Jäger endlich auch Nach hier Warte, Ziele, okay Äh, Moment, Moment, Moment Kommando zurück Ja, ich hätte gern den Stern, aber Nee Die Flagge ist uninteressant, weil die konnte eh nicht ran Die Flagge da hinten sind, was landet, aber da komm ich nicht hin, oder? Ja, okay Ja, okay ach so ja und seine packen ja auch ja das macht er jetzt da oben möchte von mir hin da kommt es nicht so einfach durch und vergessen was bringen wir gehen wir da drauf schick dich mal hier rein das war schon okay okay wunderbar ja aber nicht ohne das ist nicht ohne da muss man höllig auf passen okay general es sind eine reihe von meldungen eingegangen die werden unser schlag gegen stalin hat war ein erfolg und unsere truppen befinden sich wieder an jahren ausgangsposition wo sie ihr winterlager aufgeschlagen haben jedoch stets einsatzbereit für den fall dass dieser wird ein gegenangriff starten und das oberkommando ist wütend darüber dass sie die dass die heeresgruppe nicht einmal den versuch unter normal stalingrad einzunehmen und generalfeldmannschaft von mancher wurde nach berlin beordert um sich persönlich für seinen handeln zu verantworten es gibt gerüchte dass er entlassen wird aber ich kann mir nicht vorstellen dass da etwas dran ist ist ich haben wir unter den kommando des generalfeldmannschaft einen unerwarteten sieg bei kursgerungen und der sowjetischen sommeroffensive bei rostov den wind aus den sägen nehmen und sind triumphal in den kaukasus zurückgekehrt diese erfolge müssen doch etwas wert sein wie dem auch sei unser feldzug ist jedenfalls zu ende ich weiß nicht wann wir den nächsten ansatzbefehle halten aber ich bin mir ziemlich sicher dass es nur eine frage der zeit ist der krieg gegen die sowjetunion ist noch nicht gewonnen da im moment wenig zu tun ist bin ich endlich dazu gekommen die letzten briefe meiner frau zu lesen ich möchte sie wissen ich möchte sie wissen wie es anna sophia die letzte zeit in der heimat ergangen ist möchten sie wissen wie es anders auf den letzten also so es ist viel passiert deutschland reich seitdem ich dir das letzte mal geschrieben habe aber ich möchte nicht deine zeit mit neuigkeiten vergolten die dir wahrscheinlich längst bekannt sind zumal dir etwas sehr so manche dir etwas sehr wichtiges zu sagen habe ich liebe dich und werde dich immer lieben blablabla okay ich denke das wird dich nicht überraschen schließlich haben wir uns und das schon oft genug aber nachdem was letzte woche geschehen ist musste ich einfach diese ort auf papier bringen weil ich bin ich mit johanna spazieren es war ein folgenloser tag als wir gerade unterwegs waren zur bäckerei heute plötzlich die ziren das kennen wir das geht das war beim original auch so sie hat ihren arm verloren dann ich mal ja es müsste gleich das bild kommen moment man hier hat sie nicht im original hat sie den arm verloren wir haben explodiert okay also beim original hat sie den arm verloren das ist die gleiche geschichte kurz nachdem wir den unterechten luftschlussraum betreten haben definierte über uns auch schon die bombe wir spürten sie eher als dass wir sie hörten bei jeder der natur wackelte die wände und der boden aber wir waren sicher vergibt mir für meinen allzu ausführlichen worte aber seit unserer gemeinsamen zeit in spanien habe ich keinen krieg mehr so unmittelbar erlebt deswegen wollte ich wollte deswegen wollte nein musste ich dir unbedingt schreiben und ich wissen was das ist dass wir in sicherheit sind und es uns gut geht ich weiß dass du mit aller kraft dafür kämpft dass dieser krieg bald endet und ich bitte für diesen erfolg ich liebe dich und werde dich immer lieb so jetzt muss ich mal gucken ob sie den arm doch verloren hat beim original hat sie den arm verloren hier nicht okay gut das ist schon mal gut so wunderbar so in diesem alternativen kriegsverlauf hat das deutsche reich den kaukasus fest im griff und das öl aus dieser region hält die kriegsmaschinerie der deutschen auf maximaler effizienz so historisch gesehen hatten die deutschen mit treibstoff endpäßen zu kämpfen so dass piloten nicht mehr richtig ausgebildet werden konnten und anstelle von groß angelegten offensiven muss man sich mit lokalen operationen zufrieden geben in diesem alternativen kriegsverlauf existiert dieses problem nicht das bedeutet jedoch nicht dass die deutschen den krieg für sich entscheiden können die vorteilhafte lage ermöglicht es ihnen gegen dich den krieg mit neuem elan fortzusetzen der zusammenbruch italiens bleibt von den tiefen geschehnissen an der ostfront unberührt doch der vormarsch der alliierten über die italienische halbinsel verläuft ebenso schleppend wie es sich historisch gesehen tut der krieg in russland tobt unterdessen mit unverbitterter härte weiter trotz der deutschen siege ist die gruppenstärke der deutschen an der ostfront erheblich gesunken historisch gesehen verlor die wehrmacht zwischen dem ersten juli 43 und dem ersten januar 44 1,4 millionen soldaten gefallen verwundet vermisst 2 millionen soldaten waren quer über die ostfront verstreut und jenentlich 400.000 befanden sich an den frontlinien in diesem alternativen kriegsverlauf belaufen sich die deutschen verluste im gleichen zeitraum auf deutlich weniger als eine million doch die verluste die die deutschen in sowjet weiterhin zufrieden sind immer noch nicht hoch genug um die uhr ssr zur kapitulation zu zwingen die sowjetische propagandamaschine läuft auf hochtouren um das scheitern der zweiten deutschen offensive gegen moskau zu zelebrieren was viel leichter zu glauben ist als die deutsche rechtfertigung dass es sich um ein abhängendes manöver gehandelt hat als den sowjet klar wird dass die deutschen keinen weiteren angriff auf kein angriff gegen stalingrad wagen werden schickten sie ihre verstärkungsgruppen nicht nach süden sondern nach leningrad um nach moskau einen weiteren sieg weiteren sieg zur erhöhung der moral zu erringen leningrad wird schließlich ende 1943 befreit einige monate vor der befreiung im historischen kriegsverlauf general feldmarschall erich von mannstein werden für die siege der siege der von ihm geführten heeresgruppe süd bei kurs rostow und schwerter des kurs und rostow die schwerter zum kreuz verlieren die erfolgreiche einnahme der ölfelder im kaukasus wird mit brillanten zum ritterkreuz ausgezeichnet wir seine weigerung stalingrad anzugreifen entzieht ihm das deutsche oberkommando jedoch das kommando über die heeresgruppe süd ob genauer feldmarschall von mannstein in ein neues militärs abenteuer berufen wird bleibt abzuwarten nach stalingrad muss man was hier ab geht ja der russer hat noch ein bisschen was das sieht man auf jeden fall und hier oben hier oben auch noch massener luftwaffe ja aber hier oben die stellung hier die sind eigentlich schon ziemlich ausgedünnt da den karte ist hier eigentlich auch schon ziemlich ausgedünnt also das hat man sogar können erobern wäre machbar gewesen vielleicht sogar aber es waren so was der hier ein flack stehen hat man aber ich bin meiner luftwaffe gar nicht da hingekommen weil ich nur damit beschäftigt war hier die flanken zu sichern und hier die schiffe sich dann aber black stellungen die flachs bringen hier schon sehr sehr viel muss man versagen bei dem spiel ist das schon sehr effektiv ok ja leute damit ende dann hat auch hier oder kommt da noch was als ich das jahr 1943 dem ende zu lang und die temperaturen teilen erstachen die linien an der ostfront bei ihrem riskanten unterfangen im kaukasus ist es den deutschen gelungen fast die gesamte region zu sichern ähnlich am rande des schwarzen meers halten die sowjets noch einige wenige stellungen mit ihren siegen beim moskau und linikad haben die jedoch bewiesen dass sie immer noch bildungs und imstande sind den kampf fortsetzen und so beginnen beide seiten pläne die fortsetzung des krieges an der ostfront in den kommenden jahren zu schmieden ja und es könnte sein dass wir vielleicht sogar mit diesen spielstand in 44 reingehen können mit dem historischen wie mit dem historischen ich bin gespannt wie sie das machen ob das so gemacht wird oder ob das jetzt oder ob man das jetzt so als historisch ein ende sieht man wird sich zeigen ja also ich muss sagen 43 ist und das szenario sehr gut ist also wirklich was einfallen gelassen nicht so was blum bis sondern wirklich was sehr gutes hat sich so sturm auf moskau und erobert sondern so wirklich die ressourcen und das und stalingrad halt nicht mehr erobert oder sondern ich finde die idee ist gut der historische weg hat man auch ganz gut gemacht hat lange gedauert hat auch bei die massiv probleme mit box und auch übersetzungen hatten aber ich habe gesagt deswegen warte ich hat auch bis auf deutsch ist und deswegen habe ich auch so lange gewartet und ich denke das war meiner meinung auf in dem fall hat auch die richtige entscheidung es ist ein guter tc hat auch auch muss man sagen hat auch auch am anfang was hat ärgerlich wie ich schon mal sagte dass da ja wachs wie hat auch die übersetzung nicht da war halt auch auch und ich wollte nicht auf englisch bin weil das ist auch bis in den flair hat auch genommen hätte gut leute das war es mit panzer kopf 2 dem historischen wie den historischen weg wir haben die konkampagne kann man ja auch nennen wie was ja auch im ersten teil von panzer kopf genannt hat 43 durch es soll ja demnächst wohl pazifik irgendwann kommen wann weiß ich nicht 44 vielleicht kommt das sogar auch noch dieses jahr wer weiß oder vielleicht auch erst nächstes jahr man weiß es nicht und das war es aber vor dem projekt wir sehen es dann ein anderer man wieder bei anderen projekten wie hat auch immer ich bedanke mich für zu sehen und wünsche euch einen noch einen schönen tag bis dann und tschau